Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei... Boah, wo sind wir hier? Tech-Hit? Nee. Willst du mich verarschen? Nee, 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 nee. Du wolltest erst Tech-Hit sagen. Nein, wollte ich nicht. Du wolltest ein Dubstep-Intro machen. Ja, Typ. Genau, genau. Hi. Hallo. Ich wollte jetzt sterben und ein Wasser einmal holen. Das ist ja nicht... was ganz Neues. Mensch. So. Wollen wir ein Thumbnail schon mal für diese Folge machen? Was hältst du davon? Mach doch eins. Posier doch mal hier irgendwo sexy. Ich bin schon weg. Nein, du bist gar nicht weg. Hallo? Natürlich, ich bin grad die Massen. Das Ding ist runter. So. Warte mal, wir können doch hier auch einmal machen und das Wasser da holen. Ja. Aus Holz kann man die doch hier machen. Ja, genau. Nein, nicht wirklich. Ja, wir können einen Holz einmal machen. Yay. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch funktioniert mit dem Portal. Eigentlich schon, oder? Theoretisch. Warum sind hier drei von diesen Kackwolken? Ehrlich? Ah, seriously. Ich hab mir mal das Wasser geholt, ne? Welches Wasser? Oder... Nein, da bin ich immer mal... Oder wollen wir eine unendliche Quelle machen? Ja, ich mach eine unendliche Quelle. Scheiße. Lord. Okay. Scheiße. Wer will einen Discounter machen? Gibt es hier eigentlich schon? Das müsste doch hier geben. Bist du doch bei uns? Ja, ich bin im Haus. Ich hab keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Also, wie ich da hinkomme, mach ich natürlich. Ja, dann portet ich halt. Ja, mach ich gleich. Ich muss jetzt mal in die Dimensierung kommen. Ich mach jetzt erstmal eine unendliche Quelle, weil dann haben wir hier oben erstmal Wasser. Und Wasser ist ja cool. Weißt du? Wo bist du hier? Äh, du musst einfach nur da hoch gehen. Meine Sachen sind alle weg. Nein, sind sie nicht. Du bist da hinten irgendwo runtergegangen. Ich frage mich, wo hier Wasser ist. Muss da irgendwo Wasser sein? Ach, da hinten. Oh, diese Kackvögel. Oh Gott, und da sind Wolken. Schwarze Wolken. Ich hab Wasser. YOLO. YOLO. Oh Gott. Ich kann nicht mehr rennen. Wieso nicht? Ich bin hier so ein scheiß Vogel. Lass mich doch in Ruhe. Und du auch, Wolke. Nee, die Wolke hat mich hochgepustet. Echt? Nein! Sind die eigentlich doch ganz nett. Grüne Wolke. Was? Grüne Wolke? Wer bangt jetzt den grünen Wolken? Gott. Gott. Jetzt geht's los. Diesmal stopp. Phipps. Ich sag's euch. Äh, wo muss ich denn hier hoch? Ach, da oben, ne? Ey, warum laden die Chunks bei mir nicht? Player left. Ja. Die Chunks haben nicht geladen. Alter. Wie mich das gerade an kotzt, diese... Hoppa, hoppa, hoppa. Mich kotzt es gerade auch an, dass... Nein, Wolken! Scheiße! Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, wir haben ein Problem. Wie finden wir denn da jetzt? Creative Mode. Game Mode 1. Äh... Ich weiß nicht mal, wohin wir gegangen sind. Das ist ja das... Ich weiß ungefähr, wohin wir gegangen sind. Warte. Ähm. Den Weg lang, den wir gebaut haben? Näher, so ungefähr. Ja, diesen Weg da. Ich seh dich gar nicht, wo bist du? Ich bin schon weiter. Ach, nee. Das auch nicht. Also wir sind hier hoch und irgendwie immer in diese Richtung eigentlich. Oh, da war so eine dämliche Wolke, so eine schwarze. Immer diese schwarzen. Ja. Ach, da oben ist unser... Alter, das war ja gar nicht so weit weg von... Alter. Wo denn? Das ist... Alter, das sind vielleicht 200 Meter, die wir gelaufen sind. Okay. Na ja, warte. Ach, da! Hast du mich? Ne, ich hab das Haus. Okay. Ja, ich steh auf dem Haus. Also das ist eigentlich gar nicht mal... Wir müssen irgendwie mal wirklich solche Landmarks oder sowas hier hin machen. Mhm. Moment, ich muss mal den Eimer einsammeln. Bist du gestorben? Hab ich... Hä? Am Arsch der Welt. Okay, hier hab ich zwei Eimer. Äh, dann mal Game Mode... Null. Und Wasser... Ah, ja, stimmt. ...Quelle... Machen wir mal hier hin. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, bitte. Bitte, lieber Gott. Bitte. Lieber Gott. Lieber Gott. Wie kann er das jetzt... Ich glaub's noch nicht an dich, aber... Hä, lol! Was? Ach, egal, warte. Ja, okay, es hat funktioniert. Wir haben das Portal. Oh, hier ist's ja nie. Nein, Schöpfen wird heruntergeladen. So, okay. Ähm, jetzt spawnen wir hier. Das ist gut. Komm, Arsch der Welt. Hier baue ich jetzt irgendwie was... Ne, warte mal. Eigentlich müssten wir ja nur ein Stück runter. Nein, mein Cape ist weg, oder? Nein, da liegt's noch. Mein Cape. So, wenn wir jetzt wieder hochgehen, sind wir bei dem Haus. Okay, 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 okay. Haben wir da Glowstone irgendwo hier? Hier haben wir noch Glowstone. Äh, kannst du dir nicht mal ins Bett legen, wenn du in der realen Welt bist? Ja, dann muss ich erst mal zurückfinden. Warum zurück? Moment. Ja, zurück im Sinne von, ähm... Ich bin hier jetzt... Ach, damit kann man kein Boot bauen, war ja klar. Ähm, zurück im Sinne von, ich muss jetzt den Weg finden von dem neuen Portal zum Haus hin. Da irgendwie Wolle oder sowas holen oder betten kann. Keine Ahnung. Und... Und... Dann... Dann. Dann? Dann. Aua. Alter. What are you doing? Also ich kann... Ich kann... Du kannst dich gleich teleportieren. Mich wieder drinnen. Warte. Wait. Nein, warte. Du kannst dich doch eh gleich teleportieren. Okay. Erde, ein bisschen. Dann bauen wir uns hier schneller hoch. Und dann gehen wir da mal rein. Alter. So. Jetzt kannst du dich teleportieren. Na ja, jetzt ist zu spät. Vielleicht bin ich da. Okay. Mach doch was du willst. Mach ich auch. Ich geh jetzt hier runter. Und dann gucke ich, dass ich zu unserem Haus komme. Und dann geht's weiter. Und dann muss ich erstmal ein bisschen Rohstoff verwenden. Wo kann ich denn langen? Alter. Was ist denn da los bei dir? Was soll denn bei mir los sein? Das ist so laut. Das ist so laut. Ich weiß nicht, wo ich langen muss. Okay. Dann mal los. Vollgas. Mein Boot ist nicht kaputt. Okay. Wo ist mein Boot hin? Du bist übrigens nicht mehr in der Party drin. Natürlich. Bei mir bin ich in der Party drin. Also ich kann dich noch sehen. Ja. Ich dich nicht. Was ist denn da da hinten? Das ist ja noch ein Potter. Oder ist das noch ein Potter? Nee. Doch. Ich bin vorhin auch auf dem Portal nochmal rauf gefallen. Das war am Arsch der Welt. Das ist ein Potter. Ja, das ist ja nicht am Arsch der Welt. Aber. Okay. Hier ist irgendwie so ein Ding. Alter. Wo bin ich? What the fuck? Am Arsch der Welt. Da hinten muss doch irgendwo unser Haus sein. Aha. Ich habe mein Boot zerstört, aber ich fahre noch damit. Okay. Nice. Logisch. Jetzt natürlich. Ah, ich kann aber auch nicht mehr aussteigen. Lol. Geil. Bug. Und Bugcraft ist wieder zurück. Okay, ich versuche da mal zu re-longen. Ansonsten, äh. Ja, Leute, ich kann durch alles durchfahren. Ich kann andecken, wo ich will. Das Boot geht nicht kaputt. Hä? Stahlboot. Was ergibt das für Sinn? Stahlboot. Ja, dann disconnectiert er doch. Nee, ich muss ja sowieso finden. Äh, gucken, wo ich lang muss. Deswegen, dann nützt mir ein Stahlboot schon mal mehr. Stahlboot. Ah, ich fühl mich ja so nicht zurecht irgendwie. Weißt du dann, wo das Portal ist? Ja, meins weiß ich. Aber wo unser Haus ist. Naja, wir gucken mal. Irgendwo muss ich es ja finden. Bei meinem Stahlboot bin ich ja unerfaltbar. Denkst du? Nein, mein Stahlboot ist cool. So, wo sind wir denn? Hier geht's wieder zurück. Aber vielleicht muss ich auch zurück. Aber ich weiß ja nicht. Hier unten warst du schon, okay. Und ich falle. Hier werden die Chunks nicht geladen. Scheiße. Irgendwie spackt der Server gerade hart. Kann das sein? Ein bisschen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Geil. Ach, schön. Hier hinten ist irgendein Portal. Aber ich habe keinen Plan, was das ist. Ey, hier liegen. Was liegt denn da? Hier liegt Sanit und deine Sachen. Was? Ich habe gerade deine Sachen gefunden. Kann gar nicht sein. Ich habe meine Sachen alle wieder. Ich habe zwölf Sanit. Das sind deine Sachen. Die sind hier vor Ewigkeiten. Die habe ich doch vor Ewigkeiten verloren. Let's mal sehen. Bugcraft ist back again, würde ich mal sagen. Okay, jetzt komme ich hier oben raus. Whatever. Ich bin glücklich. Ich bleibe jetzt im Aether. Ich fühle mich hier wohl. Ich kann nicht einer Party joinen. Es ist wieder, es ist, es ist total geil gerade. Der Aether ist ein tolles Ding. Soll ich nicht Saubermann neu starten? Dann funktioniert es vielleicht. Jetzt müssen wir damit leben. Okay. Machen wir dann in der nächsten Folge. Wir haben ja eine TNT-Lore. Wollen wir die mal starten? Klar, warum nicht? Was macht denn der scheiß Vogel hier eigentlich? Alter, sollte ich mich verarschen? Was macht der denn? Aua. 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 Verpiss dich. Ah. So. Ich habe zwölf Sanit gefunden. Whatever. It's mine. Hast du schon deine Rüstung? Ja, ne? Ne, ne? Dann gibt es jetzt schon mal Schuhe für uns beide. Ne, die haben wir noch nicht. Und für dich gibt es auch noch was. Habe ich schon. Was Schuhe hast du? Ne, ich habe ja selber noch Sex. Kannst du erst mal was selber machen? Was können wir denn mit dem Sanit dringen machen? Ach, Yolo. Äh, keine Ahnung. Ich habe jetzt Schuhe für dich einmal. Wie macht man überhaupt Handschuhe, weißt du was? Ne. Ne, ich habe doch Schuhe. Jetzt habe ich welche gemacht, sei egal. Ach, ich werde gleich eh noch mal ein paar Mal sterben. Das weiß ich nicht. Äh, habe ich noch was zu essen? Nö. Ich glaube an mich. Ich glaube an mich. Das hört sich irgendwie an wie so Pokémon-mäßig, weißt du? Weißt du? Gemeinsam schafft wir das. Ich werde allerbeste sein. Keiner vor mir war. Wie keiner vor mir war. Yes. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ja, ich habe es vorher geguckt. Ich habe es nicht geguckt. Ich habe kein Schwer mehr. Ich hatte die... Das hört mal groß. Ich hatte so Spiele für ein Game Boy Color und sowas. Das waren noch Zeiten. Ja, die hatte ich auch. Die habe ich immer noch. Irgendwo. Ich habe meinen Game Boy Color nicht mehr. Boah, Game Boy Color, Junge. Das war schon geil. Das war Hyper. Das war Hyper. Alter. Macht man den Hand. Will mich dieser Kackvogel eigentlich verkacken? Ja, ne? Achso, macht man einen Ring. Sanit Ring. Ja, den habe ich jetzt einfach mal gemacht. Keine Ahnung, was der bringt. Aber ja, ich habe ihn getan. Getunt. Getunt. Sanit Block. Getunt. Tut und tun. So viele Anordnungen gibt es doch gar nicht, oder? I don't know. Ich mache jetzt hier einen Scheiß- Scheiß- Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Hallo, Wolke. Wie viel Zeit? Oh, die hat mir einen geblasen. Also, wortwörtlich. Was? Die Wolke. You know? Mal dasselbe. Wie viel Zeit haben wir? Wir können folgen. Oh, meine Frage. 14 Minuten. 15 Minuten fast. Okay. 14, 55, 56, 57, 58. Macht's gut, Leute.